3 es hey Leute und willkommen zurück zu meinen alten Video auf dem Toiletten wass Kanal Ich grüße euch zu einer weiteren Folge ENDergames mit dem Kit Teleporter Und mit dabei ist Flyx JÖÖÖ Guten Tag Ich bin so ein Fanboy wisst ja ich hab so den alter Ghia weg von meiner Truhe Was bin ich neben dir? Leute, der hackt, der hackt, der hat hackt, der hat richtig Schrank. Petterscumbe. Also Flex ist derjenige Boy, der unser Kanal-Design gemacht hat. Ich könnte gar nicht reden, ja. Und das Texture Pack halt. Wer ihn noch nicht kennt. Ich werde ihn auch auf jeden Fall in der Videobeschreibung nicht verlinken. Nicht nice. Das ist korrekter Boy. Danke. Nein, er wird in der Videobeschreibung da sein. Und ich hoffe, ihr abonniert ihn. Weil das müsst ihr, sonst komm ich durch nach Hause. Genau. Er ist so ein kleiner, genau, Mensch. Hey, als ob dein Dorf der Ereer ist, der Ereer mit Ehe. Dann, dann, äh, Mikrofon hochsteigt. Weiter so rumschreiß, ja. Hört mal raus. Was ist jetzt hier übel schön gesagt? Ja, vielleicht ist ein bisschen aggressiv, aber das ist normal. Also, genau. Wir haben schon zwei Runden irgendwie versucht aufzunehmen. Aber wir sind immer frei. Ja, vor allem. Ja, du bist auch gestorben. Alles klar. Ja, am Ende. Am Ende, sagt er. Was ist denn die Logik, Alter? Du bist auch gestorben, ne? Ja, am Ende. Dann war es halt auch irgendwie dann auch schon vorbei für mich. So, den ersten, den haben wir gemacht. Höh, 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 höh. Alter, wie viel Schaden der macht. Mama. Sita. Ich bin einfach gleich tot. Ich muss Speed aufbauen. Speed, die ist hier. Alter, wetten. Pfff. Ich sterbe einfach aufgrund des Sonics Kids, weil ich am Gelegen renne. Oh shit. Oh shit. Ich schicke ihn einfach nicht an, weil ich so scheiße bin. Bist du tot? Nein, nein. Tja, ich lebe doch noch. Oh mein Gott, noch ein Hit und ich bin tot. Alter, kannst du mir mal helfen? So. Ähm. Ich werde jetzt erstmal ein paar Werkbänke machen. Auf jeden Fall. Und ne Eisenbust. Das war gerade Kevin. Der Lärm. Ja, der macht immer Lärm. Immer. Alles klar. Jetzt brotet sich irgendwo von hier mit neiner Perle so ein Mongo hin, der mich klatscht. Ja, aber ein relativ guter Star. Ach komm, Alter. Scheiß nicht. Dein, 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 ja. Headset wird noch startet. Oder ein Mikrofon. Mein Headset, alles klar, Freunde. Was redest du? Hör bitte auf damit. Ist das wie mein Elf dann? Genau. Die haben schon. Alter, Digga, ich hab nur... Oh, Mann. Oh, Mann. Mama. Nice act. Nice GG. Hör mal schiefen. Bist tot. Ja. Der Typ, der heißt einfach, ihr seid schlecht. Ich hatte einfach nur drei Herzen und dann hatte ich Sunny Kid und dann kam so ein Schinken. Ja. Der hat hart in den Arsch gepimpt. Mein Beileid. Halt doch die Fresse. Okay. Trau ich dich. Ah ja, ich bin ja Teleporter. Warum? Jetzt gibt's Aua im Gesicht. Nein. Doch. Gar nicht. Ey, Mann. Dann spektate ich die Mungo jetzt. Ja, musst du eh machen. Denn wenn ich die Runde gewinne, nehm ich die trotzdem. Blablablaa und so weiter. Blablablaa. Blablablaa. Guckt euch doch so ein Stuff an, Alter. Mein Skin ist zehnmal cooler als seiner. Alles klar. Ist ja nicht so, als hättest du den Skin auch gemacht. Alles klar. Gut, ich mein. Irgendwie. Ne, Leute, damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Genau, würde ich auch sagen. Frag sich scheiße. Mach doch jetzt irgendwas, Alter. Ja, Junge, ich lauf doch schon zum Gegner. Ich lauf immer zu den Gegners. Gegners? Was sagt immer so ein Freund? Der sagt immer Gegners. Gegners. Ein Gegners. Bitte? Nee. Nee, 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 nee. Nee. Bitte? Bitte. Nee. Ähm. Ach, knapp. Achtung, davon ist einer. Ja, klatschen, komm. Oh nein, Damage-Pod. Nein. Achtung, da ist noch einer. Ah, nee, ist ein Spectator. Oh, der war richtig staunt. Oh, da ist ein Hühnchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Target. Oh, oh. Target, Alter, als ob. Easy. Syntewerziehung. Get wrecked. Den Scheiß, den brauchen wir ja alles nicht, ne? Jetzt hören wir einfach nochmal an. Ja, komm her. Nein, der ist ins Feuer gerannt. Als ob. Feuer gerannt. Du hast ja das in Feuer geprüftet, ne? Ach, schade. Ja, hab ich. Der ist einfach reingerannt. Nee, der ist nicht gestorren, da war ja Wasser. Okay, jetzt haben wir OP-Staff auf jeden Fall. Ja, wieso? Ja, darum. Weil ich OP-Staff habe. Oh ja, als ob. Oh ja, das war geil. Das war geil. Das ist ein Spectator, das ist bestimmt so. Oh, dieses Würstchen, das mich getötet hat, Alter. Doch, guck mal, wie viele Pfeile ich habe. Hammer nice. Hammer nice. Zacker. Was ist denn? Okay, lassen wir auch den Scheiß. Wir müssen so viel lassen, Freunde. So viel. Wir müssen so viel lassen, Alter. Tja. Hast du was dagegen, dass wir was lassen sollen? Ach, zumal hinten ist einer legt. Oh, das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Das ist ein Hack nicht kaputt. Nein. Ich will das nicht. Ich petz das Gomme. Der ist richtig gut, ich schwör auf alles. Ja, nein. Guck dir doch mal meinen Bow, ey, Mann. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Der holt jetzt einen Trank der Schnelligkeit. Der ist Wizard. Der soll bloß aufpassen. Ich petz das Gomme. Der kann eh nichts mehr machen. Ich höre dir. Der ist Wizard. Boah, den ja ernst. Jetzt wurde ich mit irgend so einem Randy getauscht. Junge, das ist echt ein Randy. Der heißt Pikachu-LP. Und er hat einen Pikachu-Skin. Und der haut ordentlich rein mit Bogen. Alles klar. Obwohl, ne. Oh mein Gott, sein P- Oh mein Gott. Hier ist auch noch so ein Randy. Was? Dieser Maru- Alter, jetzt. Nein. Hast du dich gerade selber mit dem Pfeil abgeschossen? Nein. Alter, jetzt hol ihn dir. Ja, wie soll ich denn an ihn rankommen? Der Ender-Perle. Okay. Jetzt haubert dir einen aus dem Arsch. Ender-Perle. Sag mal, ich schweif, wenn ich eine Ender-Perle kriege ich. In der Ruhe. Wetten, hast eine Ender-Perle. Ich hab doch zwölf. Nein, jetzt gib dem mir Turn-On. Nein, nein. Nö, jetzt laufe ich weg. Bist du ein Lappen. Wetten, der hat Speed. Wetten, der gönnt sich gleich Speed-Einern, dann klatscht er dich. Nein, geht nicht. Ich kann mich nicht töten, weil ich zu gut bin. Das geht alles, Alter. Der wird mich töten. Das ist alles möglich, solange du wild bist. Tu was. Toiletten-Wasser. Der wird mich töten, Mann. Warte, ich hau ihn. Ja. Ja. Jetzt haut er den. Die hauen sich. Pikachu-RP und so hauen sich. Nein, Digga. Die hauen sich alle. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Pikachu hat einfach den Dings des Todes. Pikachu hat einfach den Angel. Nein, da ist einer. Nice. Ich geb ihm einfach One-Hit. Pass auf, du hast noch aneinander näher. Oder? So ein Abstauber. Hey, gib mir doch einfach... Nein, jetzt höre ich dir. Digga, davon ist einer. Scheiße auf den, der da vorne ist. Los, drauf da. So. Bis da für die ja jetzt klatschen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Boah, ich hoffe, dass alles in Ordnung so mit der Stimme und sowas. Ja, das will ich auch hoffen. Das Bow-Aim. Das. Ja, verdammte Scheiße. Come on. Yeah. Get ready to rumble, Junge. Zeig ihm, wo der Hammer hängt. Dir geht's gut, ja? Ich glaube, immer wieder die Stimme Scheiße. Ja, aber ist normal bei dir, also. Ach, das ist der letzte Gegner. Digga, du bist teleported, du hast Dings. Ja. 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 GG. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er war Vampir. GG. So. GG. Hä, Mann, das ist doch neu. Dann siehst du, wenn du den getötet hast, siehst du jetzt, was für ein Kid der hatte. GG. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, mit F-Likes, dann lass doch eine Bewertung da oder einen Kommentar. Und dann können wir auch mehr Sachen mit dir machen, so zum Beispiel wie Survival Games oder so, denn Survival Games bringt er auch oft und eigentlich ist er auch ganz okay da drinne. Also, ich will jetzt nichts schlecht reden, aber er ist auch ein bisschen scheiße. Okay, lassen wir das. Nein, auf jeden Fall bei F-Likes vorbeischauen. Kann ich dafür. Ja. Bei F-Likes vorbeischauen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Endergames, Badwals oder irgend sowas. Und ja, F-Likes, du darfst auch noch was sagen. Haut da rein. Ciao. Ciao.